So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Gestern kamen leider keine Videos, ich war ein wenig beschäftigt, aber wir waren hier stehen geblieben im Dämmergrab und werden uns dann auch weiter fortbewegen. Verbürgen tue ich mich gerade auch nicht, muss ich sagen. Ey. Nein. Bam. So, geisterhaft über Elfenfeile, sehr schön. Wir sehen, die machen einen aber schon ordentlich was zu schaffen auf der Schwierigkeit, die Nachtigallenwächter. Aber okay, was haben wir hier? Eisentür. Das ist der eine Raum. Wenn ich richtige Ininnerung habe, ist das Böse hier. Hey. Banditsch. Okay. Ja, das ist dieser komische Raum. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der funktioniert. Wenn ich mich recht erinnere, darf man nur nicht auf dem Boden laufen. Ich sprint mal da hinten zu der Treppe. Au. Okay, und go. Nee. Hä? Okay. Bis zum einen Punkt war es ja schon mal richtig. Ah, ja. Ah, ja. Ja, mhm. Ich verstehe, mhm. Ich bin extrem verwirrt. Wird schon schief gehen. Aua. Hier geht's hoch. Wow. Aber wenn ich den Raum jetzt nicht ganz verstehe. Aber okay, wir haben es geschafft. Das ist erst mal das Wichtigste. Bitte keine Nachtigallenwächter. What the hell? Ah, um Truhe. Gold. Veredelter Mondstein. Sehr schön. Ich weiß schon, wie mal der Gang. Der Gang sieht mir sehr suspekt aus. Wenn man Grab speichern. Hallo. Schwarzen Seelen, der muss man noch mitnehmen. Meiner. Ach, Leute. Wir müssen auf jeden Fall bald mal wieder... ...ein paar Sachen wegbringen. Immer noch überladen. Was ist das denn jetzt? Der Frostbissgift brauchen wir absolut nicht. Bandit Dietrich. Saubertrank. Starb der Flammen. Nee. Nee. Okay. Hier denkt man, es geht nicht weiter. Allerdings... ...und da eine Kette. Und da eine Kette. Ja, wir steigen mal eben die Stufe auf. Gesundheit. Dankeschön. Wir haben immer noch keine neuen Punkte frei. Medekunst auch nicht. Schwere Rüstung... ...wollen wir nicht. Machen wir das mal. Ja. Nee, da war kritischer Angriff, Leute. Genau der. Machen wir das auch mal. Okay. Sprintschlag quasi. Meister. Ach, guckt es sich an, das ist doch der. Das Geletzschlüssel. Das Geletzschlüssel. Das ist ja ein Hack. Oh, wie das nervt. So. Okay. Das sieht mir sehr respekt aus. Bogen der Nachtigall. Schande. Okay, mir hat der Nachtigall. Du Schande. Schande. Ja, sehr fair. Ja, sehr fair. Danke. Ich hab's vorgepast. Ich hab's vorgepast. Ja. Danke. Alles gut. Ich hab's vorgepast. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Gut Das waren mal Schießskills hier Klingel der Nachtigall Wir heilen uns schnell So Nehmen wir den Bogen zur Hand Wir müssen uns mal wieder heilen Verschwindest du hier? Meine Güte Gut, all nine muss man sagen Ich hab's nur geschafft In meinem Bogenschutz Bogenschießen Skills Ohne die hätte ich das wirklich nicht geschafft Allerheiligstes Okay So schauen wir uns hier aber erst nochmal um Okay Also spannend sieht sie ja nicht aus Die ganzen Gifttränke und sowas Dass ich hier verliegen Die brauchen wir nicht Ja Verschwinden wir hier immer wieder Mit dem gekonnten Sprung So Und rein ins Allerheiligste Und dann bin ich aufigma Check